Kontrollkästchen einfügen. Einleitung. Nehmen wir an, Sie möchten einen Fragebogen erstellen und zur leichteren Bearbeitung Kontrollkästchen einsetzen. Diese Funktion ist standardmäßig nicht aktiviert. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie in Excel 2016 mit ein paar Klicks diese Funktion aktivieren und Kontrollkästchen in Ihr Dokument einfügen können. Menüband anpassen Bevor Sie Kontrollkästchen in Ihrem Dokument erstellen können, müssen Sie das Menüband anpassen. Sie benötigen die Registerkarte Entwicklertools. Gehen Sie in die Backstage-Ansicht und dann auf Optionen. Wählen Sie dann das Register Menüband anpassen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen bei Entwicklertools auf der rechten Seite. Klicken Sie auf OK. Wie Sie sehen, wurde die Registerkarte Entwicklertools hinzugefügt. Kontrollkästchen einfügen. Wechseln Sie nun zur Registerkarte Entwicklertools und klicken Sie in der Gruppe Steuerelemente auf Einfügen und im Dropdown-Menü unter Formular Steuerelemente auf das Symbol für Kontrollkästchen. Ihr Mauszeiger verwandelt sich in ein kleines schwarzes Kreuz. Nun können Sie an einer gewünschten Stelle das Feld für das Kontrollkästchen einfügen. Dies tun Sie, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten und das Feld auf die gewünschte Größe ziehen. Dann lassen Sie los. Zunächst heißt jedes eingefügte Kontrollkästchen schlichtweg Kontrollkästchen X. Mit einem Klick darauf können Sie sich vergewissern, dass es funktioniert. Kontrollkästchen formatieren. Machen Sie nun einen Rechtsklick auf das Kontrollkästchen und wählen Sie im Kontextmenü zunächst Text bearbeiten aus. So können Sie das Kästchen eindeutig benennen. Gehen Sie so für alle weiteren Kontrollkästchen vor, die Sie einfügen möchten. Um auf weitere Bearbeitungsmöglichkeiten zugreifen zu können, machen Sie erneut einen Rechtsklick auf das Kontrollkästchen und wählen Sie Steuerelement formatieren aus. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, die Farben, den Text, die Größe, die Steuerung und weitere Eigenschaften des Kontrollkästchens zu bearbeiten.